absolut ewig lange her es tut mir leid ich hoffe man kann mir irgendwie verzeihen habe ich eigentlich pokémon was zerschneidern kann kann das schon als meiner pokémon hier also das handy kommt da mal kurz weg dann er kennt ja ich teile einmal kurz dass ich live bin und dann kann es auch schon direkt richtig losgehen ich gucke nebenbei noch während das hier gerade lädt zerschneider haben wir schon okay dann sollten wir vielleicht einem aus dem team irgendwie überlegen dass wir oder einem aus dem ersatzteam dass wir so ein paar pokémon haben welche im ersatzteam sind dass wenn wir bestimmte typen brauchen aber jetzt hat mein handy kein empfang ich hasse es ok dann starte ich das wlan noch mal kurz neu ist ja kein problem die machen wir das wlan du bist eine bitch was sollen das nutze ich gerade meine mobilen daten das ist mir gerade scheißegal bin ich gerade ganz ehrlich teilen mit vielleicht da auch wobei machen wir so so geteilt ist mein handy kommt auf die andere seite vom schreibtisch damit es keine störungsgeräusche gibt ich bräuchte noch einen dritten bildschirm tatsächlich irgendwo irgendwie lässt ja auch die linke seite vom tisch weil mir fällt gerade auf ich habe wenig chancen jetzt noch abgesehen davon dass kurz raus haben kann und so weiter nebenbei die liste die andere angefertigt hat einer unserer aktivsten mods die wir haben einer unserer besten mods die wir haben das könnten wir gerade vielleicht mal machen weil ursprünglich war das eine meiner listen die habe ich dann aber an andere abgetreten weil andere das so gut macht patrick das ist das falsche da wollte ich genau wartet ich mache sofort sichtbar wo habe ich es denn da glaube ich ja so hier haben wir die liste die letzte änderung waren für den februar ich glaube das war auch so ziemlich das letzte mal das gestreamt habe das ist schon ewig her das ist mal wirklich wieder gestreamt habe und zeit gefunden habe zu streamen also was ich am überlegen wir haben ja jetzt das ist von holen wie man hier sieht da und nicht klassen wir haben im polio und luxtrad lukario expert hundobahn und mamute was ich vielleicht dann hast du zuletzt gestreamt ich weiß es wirklich nicht mehr aber das ist schon länger her auf jeden fall ihr vm sklaven ja würde ich aber gerne anders regeln vielleicht vielleicht eher so ja die zartes einfach nur wahrscheinlich habe ich ein paar ersatz sind bin ich jetzt blöd oder sieht das nur komisch aus na ich bin blöd aber er sagt mir einen fehler ja ja jetzt zu zeiten von korona ist eben echt geil jetzt so viele leute da seit sonntag ist bei mir so viel passiert bin immer noch ein bisschen perplex sonntag hatte ich 47 voller und jetzt weiß ja hoffe ich dass das wäre tatsächlich ganz cool aber selbst wenn nicht dann ist es halt so also ich bin momentan noch ein bisschen verwirrt weil ich hatte gestern noch eine behandlung beim zahnarzt und die die betäubung die hat tatsächlich immer noch ein paar kleine nachwirkungen das war echt heftig gestern ich bitte dies zu entschuldigen ja richtschreibung ist on point ja ich weiß ich weiß nicht das sieht komisch aus oder vielleicht ja ich glaube ich weiß was einfach nur ach so ach so doch passiert einfach nur beti das reicht ich möchte ganz gerne ein quasi zweites team anfangen wo du warum steht hier ok jetzt ist die frage warum genau steht das da steht das da weil ich irgendwie was falsch gemacht habe oder steht das da weil er sich darüber freut dass es ein expert habe das kann jetzt natürlich alles seien ja ok dann lassen wir das erstmal unkommentiert theoretisch könnte man ich weiß nicht vielleicht sollte man hundemann und mammut herausreißen und lukario weil und expert wie lange es gibt heute würde dir mal ein paar follower rüber schicken nach die 100 du die 50 ist doch was also ich bin heute laut plan etwas länger aber wie es dann am ende sein wird das weiß ich noch nicht weil der freund meiner mutter hat heute geburtstag aber ich denke mal wird es heute nicht so lange sein wird morgen noch länger ok na krack wie auf jeden fall wir haben da noch kein wir können ja mal anfangen knack krack wer auf jeden fall interessant weil wir haben noch kein drachen pokémon im team warum kopiere ich das nicht einfach ich würde gerne das nehmen und dahin tut also ich weiß tatsächlich noch nicht wie lange stüme aber ich hoffe dass es lange sein wird tun wir die mal weg weil den habe ich den habe ich den habe ich in einer anderen generation generation da rap tor habe ich das werde ich mal in wobei das lasse ich da drin aber das kommt weg so dann haben wir das auf jeden fall schon wieder ein bisschen ein bisschen ausgebessert ich habe jetzt die leute die ich da drin habe oder auch hier oben schon irgendwo drin hat rausgenommen steht rechtlich auch noch scaraborn ja aber wenn ich gar nicht ein nutzer kann ich das nicht hier nutzen dann brauche ich tatsächlich ich bräuchte etwas was eventuell für mein eis pokémon einspringen könnte weil wir haben jetzt wasser stahl elektro kampfstahl giftflug und licht feuer eisboden das heißt ich bräuchte theoretisch noch ein glanz irgendwas bei pflanze irgendwas gut okay ich muss meinen stream noch vorbereiten da ist psycho wäre vielleicht auch noch eine möglichkeit da war es ein zu bauern und ich hoffe auch noch an nein das schlechte wenn könnte man nehmen große rate ja ich weiß nicht oh man noch jetzt erstmal alles wieder rückgängig soweit es geht so da möchte ich mich nicht ein das ist das ist andres jetzt muss ich nur gucken warum ist hier ein level eins erscheiniger kommst du näher und warum bist du in dieser box die zahl du kannst zerschneider lass mich mal überlegen was für namen es geht ich weiß welchen was für namen ist dem gäbe naja wie heißt das moment ich wusste müssen tatsächlich noch mal kurz was nachgucken wie heißt der komische typ aus one piece und peace damit ja mit dem flugzeug flugzeug keine ahnung wie der typ heißt nein ich bin süß nein wie heißt der typ denn in diesen propeller hat ist das der ja das ist der dankeschön buffalo ok buffalo bin tu ist dafür denn raus hallo so fühle ich dich gerade mal kurz raus aber kurz mit hier war ich schon drin ah ja ja ich hatte vergessen tatsächlich was ich alle schon gemacht habe und was nicht weil das so lange her ist dass ich das letzte mal gespielt habe ich kann mich daran erinnern dass beim letzten mal die bombe explodiert daran kann ich mich erinnern und jetzt suche ich wahrscheinlich ein weg nach oben auf die faden das noch mal wie war das denn noch gleich hier drüben brauchte ich glaube ich oder zertrümmere stärke und stärke ist etwas was wir glaube ich noch nicht haben glaube ich wenn ich mich recht erinnere dann checken wir gleich einmal die anderen richtung ich checke noch mal gegen doch haben wir wohl warum habe ich es mir dann so schwer gemacht und vielleicht für ruckzuck lieb da ist okay da haben wir das problem doch eigentlich schon gelöst toll ok die letzten tage kam wieder my time at porsche und ich muss tatsächlich sagen ich vermisse das wie ich muss irgendwie gucken dass ich vielleicht so kann man bei dir nichts sammeln wenn man dir zu schaut ach so weil ich vielleicht mit den sachen habe ich habe ich so noch nicht probiert bin ich denn jetzt richtig ist die frage nein das sind so sachen mit denen ich mich noch nicht so beschäftigt haben jetzt nicht weil ich es für nicht wichtig halte aber ja ich hatte jetzt einfach noch nicht wirklich die zeit für solche sachen habe ich das schon jemanden beigebracht kannst du das auch schon musst du machen und dann noch wo man avatare haben kann und unten rumlaufen und ein bette royal machen was möchtest du von mir robin ich habe kein auflackern dabei ja ich muss generell mal ein paar sachen überarbeiten ich muss theoretisch auch noch weiter mit porsche schneiden ich muss ich muss noch außen aufnehmen ich muss noch so viel machen theoretisch aber ja morgen habe ich jetzt erstmal wieder eine folge mit porsche ja 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 das würde mir tatsächlich ich auch helfen wenn ich ganz ehrlich bin schau mal